Moin Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video. Ja, heute geht es um Leaks zum zweiten DLC von Pokémon Kamsin und Purpur und auch ein klein wenig zu den nächsten Teilen, der nachkommt. Also alle, die keine Leaks oder so haben wollen zu den DLCs, ist jetzt kein großer. Dreht sich nur um zwei Pokémon theoretisch. Wenn ihr die aber nicht haben wollt, dann am besten abschalten. Und wenn ihr die haben wollt, dann bleibt ihr auf jeden Fall dran, weil dann geht es jetzt in die Leaks. Also 3, 2, 1, Warnung ist raus. Wir gehen zu Riddler-Kuhleute. Riddler hat uns zwei Bilder gepostet. Wir kennen ja den Riddler, der postet relativ oft Sachen. Und eigentlich alles, was er gepostet hat, wurde irgendwann wahr. Nehmen wir als Beispiel, dass er gesagt hat, dass im ersten DLC ein Pokémon, und das hat er vor fast einem Jahr angekündigt gehabt, dass im ersten DLC von Kamsin und Purpur ein Pokémon, was vorher rosa war, eine neue Form bekommt, die grün wird. Und wir haben im Endeffekt Mortipod bekommen. Unsere Tasse, die ja grün ist, und die normale Form ist ja rosa, lila. Also auch da hat er schon Infos gedroppt, die auf jeden Fall umgesetzt worden sind. Und das waren bei vielen, vielen anderen Dingen auch so. Und jetzt hat er zwei Bilder gepostet. Bild 1. Trikephalo und Ramoth. Die beiden fusioniert zu einem Apfel. Und wir können auf jeden Fall davon ausgehen, dass damit gemeint ist, was wir ja schon wissen, weil Pokémon es selber so gesehen schon geleakt hat, dass unser Sea-Apfel, also von Drapfel die Weiterentwicklung, eine neue dritte Entwicklung bekommt. Ja, also dass Sea-Apfel sich nochmal weiterentwickeln kann. Das wissen wir ja, weil man kann ihm im Endeffekt einen Evolid geben und er bekommt eine Werterhöhung. Und alle Pokémon, die durch Evolid eine Werterhöhung bekommen, können sich noch einmal entwickeln. Das ist ja der Bonus von Evolid. Und daher wissen wir, dass da was kommen muss nach Sea-Apfel. Und Trikephalo ist ein Drachen-Pokémon, Ramoth ist ein Käfer-Pokémon und die Fusion aus beiden gibt den Apfel. Was auf jeden Fall den Typen sehr wahrscheinlich vorhersagen wird, dass wir hier ein Drache-Käfer-Pokémon bekommen. Und das wäre auf jeden Fall richtig, richtig nice. Die Kombi gefällt mir wirklich gut. Ich glaube, wir haben noch keinen Drache-Käfer, oder? Libeltra wäre dafür gut gewesen, aber ist leider keins geworden. Drache-Käfer, ich bin mal gespannt, ob er einfach dann mehrere Köpfe bekommt. Da gab es nochmal Theorien, dass wir als Endboss-Kampf gegen mehrere Köpfe kämpfen müssen vielleicht. Das könnt ihr euch vielleicht ganz gut vorstellen, weil Trikephalo ja auch drei Köpfe zum Beispiel besitzt. Also er hätte ja jeden anderen Drachen nehmen können, aber er hat ja im Endeffekt Trikephalo benutzt. Vielleicht haben wir wirklich einen mehrköpfigen Sea-Apfel. Auf jeden Fall sehr, sehr nice. Also einer der Teaser auf jeden Fall. Und das Zweite ist im Endeffekt mit Duralodon. Und hier ist auf jeden Fall, würde ich sagen, der Teaser auf Schwarz und Weiß bezogen. Weil man könnte jetzt sagen, hä, warum denn Schwarz und Weiß und Duralodon ergeben seine neue Weiterentwicklung? Ja, ganz einfach, denn Duralodons Weiterentwicklung hat eine sehr, sehr große Ähnlichkeit. Wenn wir uns das mal ganz kurz angucken, Duralodons Weiterentwicklung ist ja hier im Endeffekt dieser Priga, ich glaube, Priduradon ist ja die Form. Und wenn wir uns jetzt mal den angucken, Priduradon hat in seiner Normalform diese Optik wie links, aber er kann auch sich nach vorne klappen zu einer Brücke. Das haben wir schon im Trailer gesehen. Und wenn wir uns jetzt mal diese Brücke angucken und wir gucken uns jetzt die, ich glaube, im Deutsch heißt sie anders, ich habe Himmelsirgendwas Brücke, genau, Himmelspfeilerbrücke heißt sie ja in Deutsch. Im Englischen ist das Prinzip die Sky Arrow Bridge. Und guckt euch mal diese Brücke an. Diese steht in Einahl, also in der Region von Schwarz und Weiß. Und wenn wir uns diese Brücke auf diesen Bildern hier angucken, und guckt euch mal Prigarudon an, ne, Priduradon so, an, haben wir hier schon wirkliche Ähnlichkeiten zu der Originalbrücke. Und das könnte natürlich schon darauf schließen, dass der Spoiler sein sollte, dass wirklich das nächste Spiel, was wir ja schon an sehr, sehr vielen Ecken mitbekommen haben, dass wir Schwarz und Weiß in den Remakes als nächstes Spiel bekommen. Ob es jetzt ein reines Schwarz und Weiß Remake wird oder wir zum Beispiel vielleicht erst einen Legendenteil bekommen, der in Schwarz und Weiß spielt, ist natürlich auch möglich. Oder vielleicht sogar beides. Ich meine, Strahlender Diamant, Leuchtende Perle und Legenden Arceus sind zwei Spiele. Spielen aber beide eigentlich mit der Welt von Diamant und Pearl. Wir haben einmal die Remakes und einmal spielen wir in der Vergangenheit, wo es aber auch um Teile aus den Remakes, also aus Diamant und Pearl geht. Also könnte es schon sein, dass wir hier Schwarz und Weiß bekommen. In Remakes. Und im Endeffekt vielleicht danach sogar ein Legendenteil, der Beispiel Legenden Kirum heißt und wir spielen die Vorgeschichte in der Vergangenheit oder in der Zukunft. Auch mal in eine andere Richtung. Muss ja nicht mal alles Vergangenheit sein, kann ja auch ein zukunftsorientiertes Spiel sein. Also auch das wäre möglich. Also ich könnte euch schon gut vorstellen, dass das auch einfach ein Spoiler darauf sein soll. Riddler hatte ja auch mal gesagt, dass wenn wir das DLC gespielt haben, wir wissen, wo es danach hingeht. Und das zweite DLC spielt ja in der Region von Einahl, also Schwarz und Weiß. Da ist ja die Blaubeeren-Akademie. Die Top 4 ist ja auch teilweise angelehnt. Also der Drachentrainer der Top 4 ist ja im Endeffekt verwandt mit dem Drachen-Arena-Leiter von Schwarz und Weiß. Auch da sind wieder Parallelen. Ich meine ganz ehrlich Leute, mittlerweile sind so viele Hints auf Schwarz und Weiß. Wenn das nicht passiert, dann weiß ich auch nicht weiter. Mal ganz ehrlich. Also ich hoffe ja so ein klein bisschen, dass wir demnächst irgendwann mal einen Pokémon-Livestream bekommen. Also Stand 5.12 haben wir noch keinen. Dass wir da einen Livestream irgendwann mal kriegen. Ich warte die ganze Zeit ja schon drauf mit dem Video auch, dass meiner kommt. Vielleicht bekommen wir da auch schon Hinweise, was danach kommt. Oder es kommt dann im Januar nach dem DLC, dass wir dann gesagt bekommen, wie die Welt von Pokémon weitergeht. Weil wir wissen ja aktuell auch nicht, was 2024 an Games kommt. Was auch schon bald ist. Wir haben bald 24. Wisst ihr, was ich meine? Also mal gucken. Vielleicht kriegen wir Infos in Schwarz und Weiß. Vielleicht gibt es, dass die Story da weitergeht. Alles möglich. Auf jeden Fall sind das zwei Leaks. Könnt ihr mal in den Kommentaren schreiben, wie ihr es findet. Ich meine, ich finde Schwarz und Weiß, war mir irgendwie klar, dass das kommt. Ich finde aber geil, dass für Apfel wirklich eine Drachenkäferform bekommt. Also wenn der Leak 100% stimmt, geil. Weil ich feiere Drachen, Pokémon und Käfer ist eine geile Kombi zur Drache. Würde ich fühlen. Jetzt muss nur die Optik geil sein. Ich hoffe, dass sie die Optik bitte nicht verkacken. Bitte, Pokémon. Geile Optik, ja. Also ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Schreibt mal eure Meinung in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal und ciao.